Logan, das muss sein, sein Locker. Komm, mach auf. Noch zwei Tapes, okay. So, wird ja wohl jetzt dabei sein, ne? Den muss noch mal raus. Auf dem Tape sieht man, dass er noch ein Tape gemacht hat. Das ist der Tag, nach dem ersten, den wir gesehen haben. Lass es in. War das mit dem zweiten? Das kann man sich wahrscheinlich angucken. Hast du eine Entscheidung gemacht? Ich dachte, du sagst, ich habe keine Wahl. Well, tecnicamente so. Du kannst die Pregnanzung termineieren oder Crawford verlassen. Natürlich wäre das eine Todesentenz für dich und dein unborenen Kind. Vielleicht ist das besser. Ich habe alle letzte Nacht gehalten, um das zu denken. Was ist das, warum wir sogar noch versuchen, zu leben? Wir müssen, wenn es das ist, wenn es das ist, wenn es das ist, wenn es das ist, wenn es uns into ist. Ich mache die Regeln, Anna. Doctor, ich bin bitte, bitte helfen mir. Vielleicht ein Tag, wenn Dinge anders sind, kann man versuchen wieder. Aber für heute, wir müssen das machen. Also als Arzt, der reagiert auch gar nicht. Ich denke, wir wissen, was mit Crawford passiert. Und mehr wichtig ist, wir haben die Kombination. Achso, der ist dann verreckt und alle anderen infiziert. Haha. Wird mehr stinken. Krista, bist du okay? Was ist falsch? Es ist nichts. Das war einfach schwer zu sehen. Keine Worte über mich. Ich bin gut. Okay. Nee, wir sind schon da schwanger. Jetzt auch noch, was man auf der anderen Kassette ist. Morphium. Da wird jetzt eine Praktikantin übersetzt, das Spiel, ey. Das ist mehr als genug für eure Leute und meine. Let's go. Nee, aber ich guck noch mal hier. Ich will halt jetzt nur wissen, den Bonus-Content hier. Kassette Nummer 3 anschauen. Das war's. Listen, als funnig als das war, ich muss auf das kleine Arrangementen aufpassen. Das ist die letzte ich dir. Warum? Obersen hatte jemanden hier hier, der hier in der Inventory, er ist wirklich krank. Ich kann nur nicht riskieren. Wir hatten eine Verkaufnahme. Ja, wir hatten eine Verkaufnahme. Wir nicht mehr. Meine Frau braucht diese Medizine. Without es, sie wird sterben. Oder sie wird starten, die Symptome und sie wird sie wegziehen. Hey, ich kann das nicht passieren lassen. Ich bin sorry, Molly. Ich habe alles, was ich kann. Aber ich muss hier aussehen, ich muss mich selbst hier. Ja, das ist der Crawford-Way, nicht wahr? Okay. Ach nee, die Kassetten brauche ich ja gar nicht. Komm hier. Jetzt komme ich wahrscheinlich nach außen. Ah, das ist von der Zombies. Yeah. Zombie-Polka im Schulgebäude-Flur. Wie auch hier rauskommt, der dann schon so Paranoia guckt, die ganze Zeit so. Was ist hier wohl? Aber dann immer nix sieht. Guckt vor Paranoia, aber sieht nix. Jesus Christ! Oh, du hast mich ausfohlen. Wo hast du da gewesen? Seid. Ich nehme die Batterie an. Oh, ja. Äh, über das. Mach. Ich bin nur schade. Jetzt. Die holt hier so mit einer Hand raus. Hier geht's. Möchte ich gerne sehen. Voll schwer so. Was ist das? Ich habe nie gesagt, dass das so, wie ich wusste. Ich habe niemals lieb' mit dir, und wenn ich so mache, was ich? Ich habe dir nichts. Du hast du mein Leben zweit, aber du kannst mir die Wahrheit erzählen. Wir werden wirklich das jetzt tun? Ja. Ich habe das mit dir gearbeitet. Ich war hier mit meiner Freundin. Sie war 14 Jahre alt. Als die Möge begonnen zu gehen, und Crawford sich in sich verletzten, war es ein ziemlich guter deal. Wir waren sicher. Wir hatten alles, was wir brauchen, um zu überleben. Dann kamen die Regeln. Keine Person, die nicht verletzten ihre Platz haben. Keine Person, die nicht verletzten ihre Platz haben. Keine Person, die eine besondere Beobachtung. Meine Freundin war eine Diabette, und von Crawford's Regeln, das hat sie verletzten. Ich habe es ein Geheimnis. Ich habe sie安全 für so lange, wie ich konnte. Aber im Endeffekt, ich konnte sie nicht verletzten. Das ist das, wenn ich rauskriege. Crawford, sie immer darüber gesprochen haben, wie ihre System funktioniert. Wie alles besser war, als einer von ihnen zu werden. Aber ich sah, was sie bereits geworden sind. Ich wünschte, dass ich es gesehen hätte, bevor es zu late war. Bevor sie kamen und meine Freundin entfernten. Mhm. Okay. Ja, traurig, traurig. Okay, lass weitermachen. Das ist alles, was ich von ihnen verlassen habe. Ich hatte nicht Zeit, um es zu nehmen, bevor ich rauskriege. Ich wollte es einfach, okay? Es ist okay, Mutter. Ich verstehe. Sie ist schön. Was zur Hölle? Ich denke, das ist unsere Aufgabe, um die Hölle rauszukommen. Aber wer ist das? Jetzt sind die alle Zombies in dem Raum. Auch die Clementine. Oh, Jesus! Ben! Sorry, sorry, I just got spooked by those bells. And then I heard someone coming. What the fuck are you doing out here? Kenny and I still can't get the door open to the Armory. He sent me out to look for something we can use to bust it open. I found this. Uh, Ben? Where did you get that? I just found it. It was stuck in the door handle at the end of the hallway back there. Oh, no. Oh, shit! Fuckin' idiot. Sie geht gut an. 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 Schau den Mann! Thanks. Hä? Hat der nicht geklickt? It wasn't me! I'm going, kid. Nice. Thanks. Yeah. Yeah. Und der ist ja auch so schnell, gar nicht so schnell auf den Kopf von dem Zombie ziehen. What the fuck is going on? They're coming. Oh, shit. That ought to hold them. Sir, but now how do we get out? Through the Armory. We can just get this damn door open. Come on, damn you! Der wird uns irgendwann alle umbringen, ey. This is my fault. All my fault. What the hell is he babbling about? Ben? We talked about this. No. Wait. I wanna know what he meant. What do you mean, this is all your fault? Penny, I'm so sorry. I'm so sorry, man. Kid! This ain't the best time! Whatever you did, save it for later! Ben! Shut the fuck up! Fuck you, Weep! I can't do this anymore! It's been me all along, putting all of us in danger. Katja and Duck. It was all me. It was all me. Wait a minute. What are you saying? It was me who made the deal with the bandit at the motor inn, slipping them supplies. I thought maybe I could keep them off our backs. When it got discovered, that's when they attacked. And that's when Duck... ... ... Kim, enough! Calm down, man! You little bitch! You're fucking dead! You hear me? Dead! My wife and child! You got a boat fucking kill! Kim, I said calm the fuck down! You got a nice group you got here. Not the time, Molly. If this asshole thinks he's getting on my boat after what he did, he's out of his motherfucking mind! You hear me, shitbird? You can stay behind and fucking rot! Kenny, we'll sort this out later, after we get out of here, okay? Ain't nothing to sort out. I just told you the way it's gonna be. The boat's not big enough for all of us! Somebody's gotta get left behind! Might as well be this piece of shit right here! Well, I vote we leave him. I'm sorry, Ben. I know you mean well. But all I wanna do is get back to Omid, and you put that at risk. Wait, don't I get a vote? Of course you do. Ben's nice. He's my friend. We don't leave friends behind. That's my vote. On second thought, I think I'm gonna abstain. Lee? I've seen enough of Crawford to know that becoming like them is the beginning of the end. I vote Ben stays with us. Okay, we're gonna say Kenny that's his, huh? Don't we get a sight? Yeah, baby. One place, no one, go. You get up. No, no! No! No, no! 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 No, no! Now can we go? Burnin! Come on! Alle sind in die Armourie. Als ob Kevin den jetzt nicht töten würde. Ätzend. Was ist denn da? Ja, die Tür geht nicht zu. Es muss einen Weg nach unten sein. Ja, hoffentlich. Das wird nicht behalten. Zurück nach oben! Lee, schau! Oh, da kann ich selber wegkommen. So, schleichen wir uns mal hier. Schwiegen in den Treppen rum. Schießen dabei im Köpfe. Weiße. Was soll ich jetzt machen? Oh, die steigt tot. Die reißen dann immer direkt den Bark auf. Die sind voll krass stark so. Wie lebt dein Bein aus, um es zu befreien? Schau hoch, um Streuner abzuwerden. Toll, okay. Hast ja verstanden. So geht's nicht. Okay. Komm, guck runter. Ich bin aber nicht so schwer. Jetzt zieht er doch noch raus. Okay. Wenn du das vorher kurz läd, dann schaffst du es an. Ist wie in echt so... Okay. Wer schießt denn da? Ah, okay, die. Yeah, jetzt kommt Hackelballchen, Lee. Ah, okay. Ah, so ist das nach meinem Geschmack. Ganz unkompliziert. Einfach nur Hörner werfen. Ja, guck mal wie schön er abgehen kann. Also da kommt einer... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Toll, so eine schöne Ballchen. Da ist nichts passiert. Ich hab nur den Bisschen in der Wacke. Im Offenbereich. Ich hab nur den Bisschen in der Wacke. Im Offenbereich. Go, go, go. Ja, geh auch jetzt da. Als erstes der Opa und das Kind. Dann die anderen. Ich mein' da. Da stehst du mit drei, vier Baisys oben. Wie sollen die überhaupt irgendeiner nicht kommen? Der ist so'n Idiot, der Typ, ne? Okay, come on. Please! Please! Hold on, Ben! I've got you! Ben, climb up! Come on, you can do it! There's no time! You have to go, now! We're fucking around, Ben! Come on! Let go, dammit! Get Clem and the others out of here! Oui!